Möglichst schnell, wir würden Geld gewinnen, nämlich 100 Franken in Migros Gutschein. Yeah! Aber auch das Risiko eingeht, allenfalls voller Schleimzeit. Oh ja. Wäre aber ein schönes Gefühl, eigentlich so ein bisschen Schleim am Körper. Ist so, es gleitet schön. Es gleitet schön. Wir haben den folgenden MBG-Artikel für dich. Büchse, Pilzmischung. Du musst jetzt den Artikel auf 20 Rappen genau schätzen, wenn der richtig ist. Also plus minus 20 Rappen. Genau, 20 Rappen zu wenig, 20 Rappen zu viel. 80 ist, kann ich auch 10,60 sagen. Richtig. Gut. Mathematik, lech du mir, Yarina. Ich bin Jenny. Die Frage ist aber, kannst du auch gut schätzen? Äh, nicht wirklich. Was denkst du, Pilzmischung? Ähm, ich sage, ich sage, sagen wir 80 Rappen. 80 Rappen. 80 Rappen für eine Pilzmischung. Egal, ob du jetzt richtig oder falsch liest, wir wollen dich mal hier vorne positionieren. Einfach mal in Stellung sehen. Kannst du mal hinstehen? Ja, Rina, du hast gesagt, Pilzmischung ist 80 Rappen. Du darfst 20 Rappen daneben liegen. Die Frage ist, hast du recht oder nicht? Ja, Rina. 80 Rappen ist... Faaaaalsch! 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 Eine Pilzmischung ist nämlich 1.50 Rappen und somit ist es doch mehr als 20 Rappen daneben. Leider nicht schnell. 100 Rappen kann ich mega gut sein, dafür mal schnell nass geworden. Nämlich bei Quick and Wet. So passiert das. Danke trotzdem für mich machen. Es ist abkühlt. Voll. Voll. Jetzt glitscht es schneller. Jetzt bin ich richtig am Frauenfeld angekommen.